Bitte nicht nachlaufen, Molle. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Okay, komm her. Wow, geil. So, hab ich das gar nicht probiert. Das ist ja fett. Okay. Ich weiß gerade, was für einen Schaden macht der, glaube ich, nicht. What? Der möchte ich schon besiegen, da. What? Ist das ein Gegner, oder ist das ein Mensch, oder was? Was ist denn das für Kars? Nein. Ah. Ich glaube, der hat mich gehontert, oder so. Jetzt reicht es mir aber dann mit dem Heilen. Der Hund heilt sich. Wie oft heilt er sich denn? Ja, genau. Das ist die Ere. Na, toll. Hey, was soll'n das? Ah, ich hasse sowas. Ja, genau. 14 Mal. Seh recht. Ich kann den nicht besiegen, oder? Pss. Na, geil. Leg mich da. Ich hab'n'n'n'n'fass gehobt. Echt, verdammt. Und einmal, da krieg' ich schon wieder einen Agro-Anfall da. Kannst dir gar nix machen. Pss. Zehilt er sich wieder? So was unnötiges. Der Geier ist gestorben. Und jetzt kommt er gleich wieder, oder wie? Der hat nicht einmal was getroppt. Pss. Ach. Hättet ihr irgendetwas anders machen sollen? Pss. Äh. Na. Was ist denn das für komisches Gebiet da? Waaah. Der hat zu zweit dir offen. Pff. Und seine schwulen Keulen da. Nix gegen Schwule, aber die Keulen sind wirklich ziemlich homosexuell. Das muss man schon sagen. Äh. Lassen alle nix fallen. Komisch ist das da. Und verbraten meine Heiltränke. Schauen wir mal da um, was da drüben ist. Ich hoffe, die kommen da nicht unendlich oder irgendein Blödsinn. Ich hör schon wieder was da. Rrrrrr. Shortcut. Schaut aus wie Anna Londo. Und es ist ja Anna Londo, glaube ich. Ah. Ich liebe das. Nächstes Wochen ist nicht extrem viel Schaden. Lebt er noch, der Dicke? Oder lebt er noch? Eieieieieiei. Komm mit rein. Nein. Shortcut wahrscheinlich. Das sind einige von die Pennern. Haben wir doch her schon alle umgebracht. Oh. Gucken wir die alle auf einmal. Oder wie? Ich glaube, da werden wir den Boden auspuppen. Warte mal. Wo ist er denn? Der Drachenreiterbogen. Genau in die Grausbirne. Ha. You died. Schaut cool aus. Fast wie Eger-Shooter. 40 Schaden. Zweit weg oder was? Je weiter, dass die weg sind, desto weniger Schaden kriegst. Das finde ich auch interessant. Und mein Headshot wieder. Naja, das zahlt sich raus. Eieieiei. Das ist die McFly-Methode, was ich da mache. Gerade. Martin McFly. Die feige Sau. Da spritzt das Blut. Unglaublich. So, aus. Okay, den killen wir noch. Komm, scharschier's. So, ich hoffe, dass da nicht noch extrem viel sind. Scheiß, Feuer. Feuer. Ja, ja, ja. Dö, dö, dö. Dö, 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 dö. Ach, Kraus, da. Okay. Daherum haben wir soweit alles, denke ich mal. Nix. Ich höre die ganze Zeit irgendwas schnarchen oder schnaufen oder weiß ich nicht. So. Für was bin ich da hier oben abgerannt jetzt? Wow. 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 Okay, von da oben. Irgendwo. Ah, da ist er eh schon. Alter. Ich glaube, da bin ich tot, wenn ich mich da trifft. Puh. Wie machen wir denn das? Vorsicht vor Sims. Kann man da runterjumpen sozusagen, oder? Das bringt nicht viel, glaube ich. Das ist, glaube ich, nur so ein wenig eine Verschnaufspause. Warte mal. Ist der runtergefallen? Ah, da steht noch da oben. Ah, machen wir halt wieder Bogenduell. Ah. Ah, da kann ich gar nicht raufschießen, so weit. Eins, zweit. Da brauche ich einen anderen Boden. Nein, das zahlt sich nicht aus. Ah. Der hat ein wenig anders Kaliber als ich da. Wow. Okay, den lassen wir da mal. Da werden wir wahrscheinlich später noch raufgekommen, denke ich mal. Schauen wir sich das da unten alles an, bevor wir da weitergehen. Und da schießen, glaube ich, mehr mit denen. Mit dem Boden. Irgendwo ein Geheimgang, irgendwas. Nein. Und da, irgendeiner steht sicher auf. Das kann ich. Da lege ich meine Hand ins Feuer. Weil hier da einen schnaufen oder schnarchen, glaube ich. Da schauen wir mal. Da ist auch nichts mehr. Das ist relativ... Naja, da wird es lauter da unten. Definitiv. Jetzt haben wir da schönes... Yeah. Wir haben ja gleich ein Schwert aufwerten dann. Zuerst schauen wir da noch alles durch. Ha. Naja, schau. Waa, der da. Alter, der halt das. Shit. Oh. Okay, 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 okay. Okay, ich hab's verstanden. Naja, okay, der ist nicht so mächtig. Der braucht dann, glaube ich, Verschnafspause oder so. Das ist die Miniaturausgabe von... von die riesigen Riesen. Die Riesen-Riesen. Okay, ich glaube, ich muss da eh schon wieder zurück dann. Nein, ich hab nur mehr vier Heiltränke. Kommt man maximal... Nein, eine Glut kann ich gar nicht einwerfen. Weil ich hab ja schon eine. 20.000 Seelen sind da fast... Boah, scheiße. Boah, scheiße. Und weg. Und weg. Na ja, gut, der ist eh. Okay, das sind keine Gegner. Kleine Titanitsche aber nur. Sonst noch irgendwer... 3.000 Seelen gibt da einer, oder was? Bis dort etwa. Oder 4.000 sogar. Okay, wir schauen da noch ein wenig weiter. Vielleicht kommt da bald einmal ein Leichtfeier. Ich denke mal, es wird ein wenig zacher werden bis zum nächsten Feier. Ähm... Da hinten ist ja noch was... Oben... Fallt mir gerade ein. Da könnte ich noch schnell hinlaufen, weil... Ich glaube, da kann ich nicht mehr runterrollen. Das ist schon ziemlich weitläufig, das ist ja real. Und da hinten geht es auch weiter. Sicher, Gott, oder bin ich da her? War ich da nicht schon? Aha. Da war ich doch, oder? Keine Ahnung. Da auf jeden Fall glaube ich noch nicht. Und da ist auch noch ein Item gewesen. Genau. Falle? Nein. Sehr gut, jetzt findet man große Titanitsche. Aber jetzt können wir alle Waffen auf bloß 6 aufleveln und so. Mal schauen, welche das ganz cool sind. Dabei taugt mir das finster Schwert extrem. Haut extrem gut rein. Eieieiei. Moment mal. Das da unten ist wo? Da war doch der Bossfight, oder? Okay. Das heißt, da hätten wir einen Shortcut. Die Frage ist, ob sich der von unten aktivieren lässt. Schauen wir da noch ein wenig rund um. Das ist unglaublich. Oh. Das ist unglaublich. Oh. Oh. Treffen darfst du ihn nicht. Toll, dein Ritualsperr. Yesas. Was kann der? Es ist wahrscheinlich ein Magierwaffen natürlich. So viele Waffen, was ich da habe. Da ist er. Nein. Den finde ich wieder in 100 Jahren nicht. Ah, was ist das? Magierwaffen, okay. Naja. Schade. Find man immer einige Sachen für einen Mage. Die Frage ist, wie komme ich da um auf die andere Seite? Ah, okay. Easy going. Keine Gefahr. Nein. Oder? Nein. Ich würde mich ja wundern, wo sollte ich hingehen. Ah. Verdammt. Simpler Edelstein. Ja, das war es dann da, sozusagen. Oh ja. Okay, dann gehe ich jetzt da mal leveln. Und, na Moment. Blödsinn. Ich habe noch vier Heiltränke, da gehen wir schon noch weiter. Weil, wenn ich jetzt da level, dann bin ich wieder beim Leichtfeier. Dann fange ich wieder von vorne an. Das zahlt mich eigentlich gar nicht. Mal schauen, wie weit das wir kommen. Im Endeffekt können wir eh im schlimmsten Worst Case ein Heimkehrer-Knochen nehmen. Vorausgesetzt, ich finde da irgendwie wieder aussehen. Warte mal, da. Ja, okay. Ich glaube, dann haben wir da drin so weiter als Subject. Yeah. Aha, da geht es auch noch weiter. Ei, 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 ei. Und wo geht es da hin? Uh, da sind wieder Gegner. Ah, da bin ich auf, mein Gott. Ich kenne mich schon wieder aus. Das heißt, wenn wir das nächste Mal, ähm, falls wir sterben, ich meine, das kann ich leider nicht aufmachen. Aber wir können zumindest die Priester da oben stehen lassen, weil die brauchen wir eigentlich alle nicht. Da ist eh nichts mehr, nein. Die können wir auch gelandet lassen, sozusagen. Halt, schauen wir mal, wie weit das wir da noch kommen. Puh. Scheinbare Wand. Woh. Cool. Okay. Frage ist, ob das gescheit ist. Oh, no way. Puh. Vier Heiltränke. Shit. Boah, das hat denn der viel geiles Gerät. Ach so, das ist das. Aha. Aha. Puh. Da kommen sicher alle zwei. Ja, alle zwei kann ich jetzt ihre Wohnung machen. Ja. Da müssen wir ein paar malen Museum